Geht er? Bleibt er? Wenn ja, wie lange noch? Die Zukunft von Stürmer Robert Lewandowski beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bleibt weiterhin unklar. Mittlerweile gibt es aber eine klare Tendenz, wohin Reise gehen könnte. Ein möglicher Kontakt und damit verbundener Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zu Real Madrid sorgte in den letzten Tagen für Schlagzeilen. Am Ende stellten sich Meldungen der spanischen Presse als klassische Ente heraus. Hinter den Kulissen haben Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dafür angeblich schon einen weitreichenden Entschluss gefasst. Wie, Kicker, berichtet, wird Robert Lewandowski, Vertrag bis 2021, auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München auf Tore Jagd gehen. Intern habe man bereits beschlossen, dem 29-Jährigen keine Freigabe für einen Abschied aus München im Sommer 2018 zu erteilen, heißt es. Ob Münchner auch an ihrer Meinung festhalten, wenn ein Angebot weit jenseits der 100 Millionen Euro auf dem Tisch liegt, ist allerdings nicht sicher. Möglicherweise würde in SEM-Fall auch der kommende Meister schwach werden, allerdings wohl nur dann, wenn Verantwortlichen auch einen passenden Nachfolger präsentieren könnten. Während angebliche Real-Offerte von den Königlichen selbst ins Reich der Fabeln verwiesen wurde, hat ein anderer Klub sehr wohl Fühler nach Lewandowski ausgestreckt, Manchester United. Laut Kicker wissen auch Bayern um das Interesse des englischen Rekordmeisters, der einer der wenigen Vereine wäre, der oben genanntes Angebot durchaus abgeben könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017